In diesem Film möchte ich nun das Thema Interface näher bringen. Was versteht man grundsätzlich unter Interface? Ein Interface ist eine Schnittstelle. Stellen wir uns hier als praktisches Beispiel vor eine Steckdose. Ich muss als Anwender nicht wissen, wie der Strom dahinter erzeugt wird, welches Kraftwerk hier dahinter steht, wie das Leitungsnetz funktioniert, wie die physikalischen Grundlagen hier überhaupt funktionieren, um Strom zu erzeugen. Alles, was ich wissen muss, ist, wie diese Steckdose als Schnittstelle anzusprechen ist. Das heißt, ich muss wissen, dass ich ein Stromkabel brauche, einen Stromstecker und was natürlich ich normalerweise auch weiß ist, was möchte ich haben? Ich möchte Strom haben. Also als Anwender muss ich mich darum ganz viel gar nicht kümmern. Und in der Programmierung funktioniert es ähnlich. Ich habe hier eine definierte Schnittstelle. Da muss ich wissen, was benötigt diese Schnittstelle? Was bekomme ich von dieser Schnittstelle zurück? Wie diese Daten, die ich in der Regel hier auch zurückbekomme, ermittelt werden, was hier im Hintergrund für Code abläuft, das muss ich nicht wissen. Das muss mich vielleicht auch gar nicht interessieren. Und ich möchte hier als einfaches Beispiel Folgendes heute implementieren. Und zwar eine Schnittstelle, die einen Debitur überprüft. Und zwar bekommt diese Schnittstelle einen Customer Record übergeben, also den Debituransatz und liefert zurück einen Text, in meinem Fall, weil ich es hier sehr einfach mache, der dann sagt, das ist ein Privatkunde oder das ist ein Unternehmenskunde. Schauen wir uns das Ganze nun in AL an. Ich beginne nun hier mit der Definition des Interfaces. Wie definiert man so ein Interface? Man legt hierfür eine neue Datei an, vom Datentyp Interface. Ich nenne das Interface iCustomerType. In anderen Programmiersprachen hat man es sich auch hier angewöhnt, warum i davor. i steht eben hier für Interface, um das hier zu kennzeichnen. Das ist nicht zwingend notwendig. Ich mache es aber an dieser Stelle. Als erstes verwende ich hier das Schlüsselwort Interface und dann den Namen. Wie wir hier schon sehen, beim Interface-Datentyp gibt es keine ID, die ist hier schon eingespart worden. Darin brauche ich die geschwungenen Klammern und nun definiere ich meine Methoden, die dieses Interface zur Verfügung stellt. Das kann eine oder mehrere Prozeduren sein. In meinem Fall gibt es hier nur eine Prozedur, die heißt CheckCustomer und bekommt eben einen Datensatz, und zwar vom Typ Customer übergeben und liefert einen Textretour. Der Retourwert könnte natürlich auch etwas anderes sein, ein Boolean, ein Dezimal oder was auch immer. Das war mal die grundsätzliche Definition des Interfaces. Als nächstes gibt es beliebig viele Code-Units, die dieses Interface implementieren. Ich mache hier zwei Code-Units, und zwar eine für den Privatkunden und eine für den Firmenkunden. Und zwar nenne ich diese Code-Unit, Code-Unit 50100, Customer-Type-Private. Und was jetzt hier diese Code-Unit von anderen Code-Units unterscheidet, ist, hier hinten hänge ich das Schlüsselwort Implements an und verwende mein Interface, und zwar das Interface iCustomerType. Und ich sehe, nun ist das hier rot unter Welt. Warum ist das so? Ich bekomme hier sofort die Interface, die ich in der Welt bin. Die Meldung, dass ich einen Member implementieren muss, also eine Procedure, eine Prozedur, die Check-Customer heißt. Und das mache ich jetzt hier an dieser Stelle. Das heißt, ich lege nun eine Prozedur an, die heißt Check-Customer, bekommt eben meinen Customer-Datensatz übergeben und liefert einen Text zurück. Innerhalb dieser Prozedur würden jetzt diverse Überprüfungen gemacht werden. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Pflichtfelder ausgefüllt sein müssen, dass vielleicht eine Sozialversicherungsnummer überprüft wird. Also hier ist der Fantasie natürlich keine Grenze gesetzt. Und am Ende wird hier dann etwas zurückgegeben, zum Beispiel ist okay oder ist nicht okay. In meinem Fall, damit wir das nachher schön testen können, übergebe ich einfach zurück privat, also um zu zeigen, dieser Code wurde hier aufgerufen. Und das Gleiche machen wir nun noch mit dem Unternehmens-Typ. Das heißt, ich lege hier eine weitere Code-Unit an und die nenne ich Customer-Type-Company. Und diese Code-Unit implementiert natürlich auch den iCustomer-Type. Hier beginnt das Spiel wieder von vorne. Auch hier brauche ich eine Funktion, eine Prozedur, die heißt Check-Customer. Die braucht wieder den gleichen Parameter und liefert den selben Datentyp zurück. Auch hier gibt es wieder viele Überprüfungen. Und am Schluss verwenden wir ebenfalls das Exit und hier gebe ich zurück Unternehmen. Das könnte jetzt natürlich noch fortgeführt werden mit beliebigen weiteren Code-Units. Und nun kommen wir zum spannenden Teil. Wie steuere ich nun, welche dieser Code-Units, welche dieser Codes ausgeführt wird? Ich könnte natürlich in meinem Code direkt die Code-Unit aufrufen, aber das ist hier nicht Sinn und Zweck der Übung, sondern das Ganze wird nun mit einem Inum verheiratet und das Inum steuert, welche Code-Unit wann ausgeführt wird. Dafür lege ich nun eine neue Inum an und zwar auch mit der Nummer 50100 und diesen Inum nenne ich Customer-Type. Und hier ist es genauso. Hier gebe ich auch an, dass dieser Inum zu meinem iCustomer-Type gehört, also diesen implementiert. Und dann setze ich zuerst das Ganze so auf Extensible True. Das heißt, das erkläre ich vielleicht ein bisschen später, warum ich das hier getan habe. Und dann lege ich hier meine Werte an. Wir haben hier den Privat-Kunden und hier gibt es ein Property, das man angeben muss. Implementation ist gleich iCustomer-Type, also mein Customer-Type und dann der Name meiner Code-Unit. Hier gibt es leider keine Autovervollständigung, das heißt, ich muss hier wirklich darauf achten, dass ich das richtig schreibe, sonst gibt es in der Praxis natürlich Probleme. Und dann lege ich noch einen zweiten Value an. Ich sehe gerade hier oben, habe ich noch eine Fehlermeldung und zwar habe ich die ID meines Inums vergessen. Die trage ich natürlich jetzt noch nach. Und der zweite ist Implementation, ist gleich iCustomer-Type, ist gleich Customer-Type-Company. Stellen wir uns das Ganze nun in der Praxis vor, wir verwenden zum Beispiel die Standard-Applikation von Microsoft oder greifen auf eine App zu von einem App-Anbieter, dann wären das jetzt alles Dinge, die von Microsoft beziehungsweise von diesem App-Anbieter zur Verfügung gestellt werden. Wenn wir das auf unser Beispiel der Steckdose umlegen, dann ist im Prinzip dieses Interface unsere Steckdose, die sagt, was brauche ich hier? Ich brauche hier diesen Input und du bekommst diesen Output. Dahinter befinden sich verschiedene Kraftwerke oder Stromnetze oder wie auch immer man das nennen will. Da gibt es die Primaten und die Company, Stromnetze. Und dann gibt es hier den Enum, wo ich als Anbieter vielleicht noch ein bisschen steuern kann und sagen kann, möchte ich gern Strom aus Wasserkraft oder Strom aus Atomkraft. Ich weiß, in der Praxis kann man sich das natürlich rein physikalisch nicht aussuchen, aber nur um dieses Beispiel hier ein bisschen umzumünzen. Jetzt komme ich als AL-Entwickler, der auf der Microsoft-Basis-Applikation oder auf einer anderen App aufsetzt, ins Spiel und nun möchte ich dieses Interface bedienen. Das heißt, ich möchte hier diesen verschiedenen Code aufrufen, ohne zu wissen, was hier in diesen Funktionen vielleicht passiert oder mich groß darum zu kümmern. Und dafür lege ich nun ein neues Feld in meiner Tabelle Customer an, und zwar dieses Innen, Customer Type. und je nachdem, ob der Customer Type private ist oder Company, soll dann ein entsprechender Überprüfungscode aufgerufen werden. Ich lege das also nun an. Wir haben hier die Tabelle 18 für den Customer mit einer Extension, und zwar heißt die Customer Type Extension.al. Ich verwende hier ein Snippet für die Table Extension. Variablen benötige ich nicht und lege hier mein neues Feld an, und zwar mit der Nummer 50100. Das Feld heißt Customer Type und der Datentyp ist ein Enum, und zwar mein Customer Type Enum, in dem Fall von Microsoft zum Beispiel. Ich setze noch die Data Classification und dann habe ich dieses Feld einmal in die Tabelle hinzugefügt. Als nächsten Schritt füge ich es nun noch einer Page zu und baue gleichzeitig eine Aktion ein, die dann meine Überprüfung aufruft. Ich lege also eine Page Extension hier an, und zwar auf die Customer Card. Und zwar ist das die Page Customer Card. Hier im Layout lege ich als letztes Feld am Reiter General dieses Feld an. Das heißt, ich wähle hier Add Last in der Klammer General und füge nun mein Feld hinzu, und zwar heißt das Feld Customer Type. Und damit dieses Feld auch wirklich angezeigt wird, ganz wichtig, Application Area setze ich hier auf All. Und dann gehe ich weiter in den Actions-Bereich. Variable kann ich hier wieder herauslöschen und füge nun eine neue Aktion hinzu. Und zwar mache ich das, nachdem hier etwas ausgeführt wird, unter dem Reiter Functions meine neue Aktion hinzu. Und zwar nenne ich sie Action Check Customer. Application Area ist wieder ganz wichtig, sonst sehen wir nichts. Und ich arbeite hier nicht mit Properties, sondern ich verwende hier den Trigger on Action. Und innerhalb diesen Triggers brauche ich nun eine Variable, und zwar eine Variable auf mein Interface, damit ich es ansprechen kann. Das Ganze sieht so aus. Ich nenne das zum Beispiel MyCastType und der Datentyp ist nun Interface. Und welches Interface spreche ich an? Natürlich mein CustomerType Interface. Und der Aufruf des Codes sieht nun folgendermaßen aus. Ich muss nun meinem Interface den richtigen Datentyp, also den richtigen Enum-Wert zuweisen. Und zwar mache ich das folgendermaßen, indem ich hier REC, das aktuelle RECORD, Punkt CustomerType übergebe. Was heißt das? Habe ich beim aktuellen Debit oder Private eingestellt in dem Feld? Dann wird hier Private hinein übergeben. Habe ich Unternehmen oder Company eingestellt? Dann wird hier Company hinein übergeben. Und dann wird diese Funktion aufgerufen und der Text ausgegeben. Ich mache das vielleicht hier in zwei Schritten. Und zwar lege ich hier eine Variable an vom Typ, die heißt CustomerType vom Typ Text. Und nun rufe ich mein Interface auf. Und zwar CustomerType ist gleich MyCastType, das ist nun das Interface, Punkt Chat Customer, das ist die Methode im Interface und übergebe als Parameter den aktuellen Rekord. Ich übergebe also meinem Interface den Customer und bekomme den Text zurück. Und diesen Text gebe ich nun einfach am Bildschirm aus. Fassen wir noch einmal ganz kurz zusammen. Ich beginne mit den Teilen, die vom Anbieter, von Microsoft oder einem App-Anbieter normalerweise zur Verfügung gestellt werden. Das ist die Definition des Interfaces. Das hat im Prinzip einen Namen und eine oder mehrere Prozeduren mit Parametern und Rückgabewerten. Dann habe ich eine oder mehrere Code-Units, die dieses Interface implementieren. Als nächstes habe ich noch einen Enum, der Werte hat und anhand dieses Werts wird die eine oder andere Code-Unit aufgerufen. Ich komme jetzt gleich vielleicht auch an dieser Stelle zu diesem Extensible is gleich True Property. Wenn Microsoft das setzt oder der App-Anbieter, habe ich zusätzlich die Möglichkeit, dieses Interface zu benutzen und ich kann es auch erweitern. Wie kann ich es erweitern? Indem ich eine Enum-Extension anlege, wo ich einen neuen Wert anlege, der dann vielleicht eine andere Code-Unit anspricht. Ich implementiere dann selbst eine weitere Code-Unit und beim Aufruf bin ich dann eben flexibler. Mit dem neuen Wert kann ich dann meine neue Code-Unit auch aufrufen. Ja, und der letzte große Schritt, wir haben das in Tabelle eingefügt, das ist klar, ist hier, dass man anhand dieses Inum-Werts, der gerade gesetzt ist, das kann ein Datensatzfeld sein, ein Tabellenfeld, muss aber nicht sein, das kann auch einfach eine Variable sein, die ich in der Programmierung setze, aber wichtig ist, hier muss ein Inum-Wert gesetzt sein, dann rufe ich eben entsprechend mein Interface auf und anhand des gesetzten Inum-Wertes wird der entsprechende Code ausgeführt. Schauen wir uns das Ganze in der Praxis an. Ich publische das nun. Der Client hat sich geöffnet. Ich öffne nun eine Karte. Finde hier nun mein neues Feld Customer-Type mit den zwei Optionswerten Private und Company. Ich lasse es nun mal auf Private eingestellt und wähle dann hier Aktionen, Funktion. Hier habe ich meine neue Funktion Check Customer und die liefert mir Privat zurück. Und wähle ich nun Company und diese Aktion aus, dann bekomme ich als Rückgabewert Unternehmen. Das heißt, abhängig von diesem Inum-Type wird nun verschiedener Code aufgerufen. Ich muss keinen direkten Zugriff auf die Code-Units haben, muss auch gar nicht wissen, was da drinnen steht und kann sie ganz einfach erweitern, ohne dass ich direkt in eine Code-Unit eingreifen muss, indem ich einfach eine neue Code-Unit hinzufüge und das Inum mit einer Inum-Extension erweitere.